Darf man während Janabah Koran lesen? Ja, man darf. Manche Gelehrten sagen nein, andere Gelehrten sagen ja. Keiner darf sagen, du darfst Allah nicht erwähnen. Und wenn jemand das sagt, dann muss man dafür klaren Beweis bringen. Wo ist der Beweis? Der klare Beweis. Wegen Janabah darfst du kein Koran lesen. Lesen. Das geht jetzt nicht um Berühren. Koran berühren ist was anderes als Koran lesen.